In einem Interview für die beiden italienischen Vatikanisti Giacomo Galeazzi und Andrea Tornielli, das einem Buch beiliegt, das die beiden über die Wirtschaftsideen und Dokumente von Papst Franziskus geschrieben haben, äußert er sich ausführlich zum Thema Wirtschaft. Der Papst differenziert. Die Globalisierung habe einerseits viele Menschen aus der Armut gerettet, andererseits aber auch neue Armut geschaffen, neuen Hunger, neue Ungleichheiten. Darunter läge eine Politik und ein Verhalten des Wegwerfens, greift der Papst ein ihm wichtiges Thema auf. Wenn im Zentrum des Systems nicht mehr der Mensch steht, sondern das Geld, wenn das Geld zu einem Götzen wird, dann werden Frauen und Männer auf einfache Mittel des sozialen Systems reduziert, das von tiefer Ungleichheit charakterisiert, ja dominiert wird, so der Papst wörtlich. Alles, was dieser Logik nicht diene, werde weggeworfen. Es brauche vor allem eine Ethik in der Wirtschaft. Und die dort Verantwortlichen säen, die Religion hier in der Pflicht. Dazu brauche es aber auch die Einsicht, dass das Teilen und die Liebe ein Geschenk seien und nicht gemacht würden, zitiert der Papst die Enzyklika Caritas in Veritate seines Vorgängers Benedikt XVI. Die Einsicht in das eigene Geschaffensein sei ebenfalls Voraussetzung. Daneben brauche es aber auch einen Wandel. Es brauche Programme, Mechanismen und Prozesse, die auf eine bessere Verteilung der Güter, das Schaffen von Arbeit und die vollständige Integration derer, die ausgeschlossen sind, hin orientiert sind. Angesprochen auf die Worte Papst Pius XI., der in seiner Enzyklika von einem internationalen Imperialismus des Geldes gesprochen hatte, sagte Papst Franziskus, dass Pius XI. nicht übertrieben habe. Manche hätten sich erst jetzt bewahrheitet. Eine weitere Enzyklika von Papst Paul VI. sprach davon, dass das Privateigentum kein absolutes Recht sei, sondern dem Gemeinwohl unterworfen. Das sind nicht nur Aussagen, die immer noch wahr sind, sondern je mehr Zeit vergeht, desto zutreffender werden sie. Durch die Erfahrung erwiesen, kommentierte Papst Franziskus. Dem Vorwurf, er sei ein Anhänger der These, alle sollten arm sein, begegnet der Papst mit dem Verweis, das sei Karikatur des Evangeliums und der Armut selbst. Jesus hat gesagt, so der Papst, dass wir, bevor wir unser Opfer zum Altar bringen, den Frieden mit unserem Bruder machen müssen, um im Frieden mit ihm zu sein. In Analogie dazu können wir sagen, dass das auch dafür gilt, in Frieden mit dem armen Bruder zu leben. Noch einmal geht der Papst zum Schluss des Interviews auf die lange Tradition der kirchlichen Lehre ein. Papst Johannes XXIII. habe gesagt, dass die Kirche eine Kirche für alle, vor allem aber für die Armen sein wolle. Daran anschließend habe sich die präferenzielle Option für die Armen entwickelt. Man könne aber nicht sagen, dass das etwas Neues sei, all das habe seinen Ursprung im Evangelium und findet sich auch in den Dokumenten der ersten Jahrhunderte des Christentums wieder. Der Papst wörtlich, wenn ich einige Predigten der Kirchenväter aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert wiederholen würde, wie die Armen zu behandeln seien, dann würde man sagen, dass meine Predigt eine marxistische Predigt sei. Es sei die Lehre von Ambrosius bis zu Paul VI., dass Eigentum kein unbedingtes Recht sei. Niemand habe das Recht, etwas zurückzuhalten, was über Bedürfnisbefriedigung hinausgehe, wenn andere bedürftig seien. Diese Option für die Armen sei keine Erfindung des Kommunismus, so der Papst, und man dürfe sie auch nicht ideologisieren, wie das in der Geschichte immer wieder geschehen sei. Um die Globalisierung der Gleichgültigkeit zu überwinden, wolle die Kirche, ohne zu politisieren, nur von den Worten Jesu bewegt, ihren Beitrag leisten für den Aufbau einer Welt, wo man sich gegenseitig unterstützt und umeinander sorgt. Pater Benthagenkort für Radio Vatikan